Bei uns hier der Christian Lechner von den Johannitern. Danke schon, dass du mal Zeit genommen hast. Und erzähl mir doch mal was über die Organisation Johannita. Ja, also die Johannita, was sie jetzt auf der Visio machen, oder? Generell mal die Organisation an sich. Die Organisation, also die Johannita sind jetzt seit 1. Oktober 2011, wie alle anderen fünf Organisationen, Rettungsorganisationen im Rettungsdienst Tirol. Also wir betreiben Rettungsdienst, sowie auch Krankentransport, Behindertenvordienst, Heimhilfe und Zivildäne können auch bei uns einen Präsenzdienst, also Ersatz ableisten. Was ist deine Aufgabe bei den Johannitern? Meine Aufgabe, also ich bin jetzt seit kurzem hauptberuflich bei der Johannita. Bin aber schon seit drei Jahren im Rettungsdienst, bin im Rettungsdienst und im Krankentransport tätig. Ich mache jetzt nebenbei noch die Ausbildung zum Erste-Hilfe-Trainer, dass ich dann auch Erste-Hilfe-Kurse geben kann, ableisten kann. Und was macht ihr hier auf der Visio? Also aus der Hilfe leisten im Notfall? Ja, auf der Visio sind wir jetzt, also hauptsächlich für die Sicherheit, machen da einen Sanitätsdienst. Zudem betreiben wir nur einen kleinen Stand, also einen Informationsstand, wo wir uns kurz präsentieren. Die Leute können bei uns Blutzucker messen lassen und Blutdruck messen lassen. Klingt sehr interessant. Vielleicht schon einmal vorbei machen, einen Gesundheitscheck. Vielen Dank.